wünscht mir glück los geht's oh wei imposter Let's go! Imposterrunde in Among Us mit Serpi und mit anderen Leuten, mehreren anderen Leuten. Machen wir hier eine Task. Machen wir das Storage zu und Electric Cure. Zwergis habe ich gesehen. Ich habe dich gesehen. Du kamst rein in den Lab und hast... ist gerade der Körper umgefallen und ich habe Zwerge... Natürlich. Und ich habe dich gesehen. Tja, was sagst du dazu? Du bist reingekommen und das... Jetzt beschuldigst du mich. Ich bin reingekommen, du gehst die Leiche und ich wollte gerade rausgehen. Ich habe dort meinen Task gemacht. Habe dich das töten gesehen und jetzt beschuldigst du natürlich. Was hast du mit hast? Alle Crewmates. Nein, mein Name. Mein Name ist zufälligerweise gelb. Ich bin der Detective. Hast du mit dem Task hast du gemacht, Zwerg? Jetzt beschuldigst du mich und jetzt ist... Ich habe dich kennengesehen. Wer hast du mich? Schreib mich den Task hast du gemacht. Ja. Ja, diese Clip-Clip-Tast beim Opfer, diese... Da gibt es doch die, die nur eine Sekunde dauert, wo du einfach einmal drauf klickst und dann... Ich weiß nicht, wie die heißt, dieses... Du meinst die... Die Sample-Tage. Ja, irgendwas. Und dann kam Foli rein und hast getötet und dann natürlich selbst Self-Report gemacht und dann ist natürlich... Self-Report kannst du nicht zu gehen. Schmeißt du weg raus, schmeißt du weg raus. Schmeißt du weg raus. Schmeißt du weg raus. Lass mich zu Ende sprechen. Pauli? Ja? Wenn du lügst, gibst du mir ein Spiel aus. Verstanden? Gerne. Gut. Als ob das jetzt hier... Als ob das jetzt hier die Option ist und mich jetzt... Wenn er lügt, muss er mir ein Spiel kaufen. Ich suche das Spiel aus. Ja, was für eine Paula aussehen. So spielt man doch nicht Among Us. Das ist doch hier. Als ob. Das ist Taktik. Ja, das ist Taktik. Ja, genau. Ja, wow. Großartig. We're played. Aber das ist ein bisschen... Hab ich meinen Kill erwischt. Und das gibt trotzdem. Wir halten ihn jetzt in Auge. Ja, fertig. Ja, ich war es halt leider. Bleibt da nichts anderes übrig, als den anderen zu beschuldigen. Wenn du direkt von den Augen gekillt hast. Ich mach jetzt die 7 Tasken nochmal. Das ist ja blöd. Was sabotieren. Ach, ich mach mich so sass hier. Ich mach mich so sass. Was eine dumme Vorrunde. Jetzt nochmal zu Labs rein. Ich muss zu Specimen. Tu mal so, als wären wir uns besser, man. Na, Seppi. Guck mal hier unten. Guck mal hier habe ich meinen Task. Dann bin ich jetzt fertig. Dann fühle ich dich. Dann haue ich hier mal ab. Ja, hier wird keiner finden. Doch der... Oh. So, ich hab auf... Ich hab auf... Diese... Weite. Du hast Lifelines geguckt. Ich hab auf... Genau, ich hab... Also... Ich hab den Kill gesehen. Und da wir jetzt auf 6 sind und noch kein einziger Mörder raus ist, bin ich zum Button gesprintet. Pass auf, Pauli. Pauli, das war ein ziemlich guter Move. Soll ich dir sagen, warum? Erstens finde ich cool, dass du schon direkt bautest und in den Verdacht zu äußern. Pass auf. Zweite Sache ist... Ich hätte ja vor dir immer noch für... Das hast du... Dass du jetzt... Dass du jetzt wissen, wo die Leiche liegt, dass du... Äh... Es ist bei 6 Spielen ein guter Move. Es ist bei 6 Spielen ein guter Move. Bei 7 Spielen darf man es nicht machen, bei 6 Spielen muss man es machen. Hm. Nein. Ihr wisst ja, für wen ich bin. Der ist ja schon erstmal der Beschuldigte. Ich hab ihn direkt vor mir gesehen, der Körper... Der war ein Lifelines, der hat nichts gesehen. Nein. Du hast ein Lifelines geguckt. Ich höre, ich höre. Du musst halt so überlegen. Stell dir jetzt mal vor, wir hätten noch ein bisschen länger gewartet, ne? Und es werden noch zwei weitere Kills passiert, dann hätten wir automatisch verloren. Ja. Zwei weitere Kills wären relativ unwahrscheinlich. Einen Kill vielleicht, ja, aber zwei nicht. Naja, außer der Imposter schafft es, dass er den ersten Kill... Wo ist er denn gestorben? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht, weil er den Lifelines geguckt hat. Der einer hat den Kill doch gesehen. Der einer hat den Kill doch gesehen. Nee, der hat den Kill doch gesehen. Ich hab gesehen, wie... Niemand hat gesehen, was los ist. Was wärst du? Ja, das war jetzt Beschuldigung, da hab ich ja gesagt, dass du es warst. Du hast jetzt die Aufklärung der Runde verhindert gerade, Kollege. Ja, Kollege. Nein, hab ich nicht. Wir wollten jetzt Zwergi raus. Als Rob. Wurde doch mal Vaudi raus. Vaudi... Vaudi beschuldigt... Vaudi beschuldigt mich in der ersten Runde und jetzt macht er die scheiß Aktion mit Lifelines. Wir wollten aber Vaudi fertig. Wir wollten aber beide raus. Blödsinn mit Lifelines hier. Was soll denn der Mist? Nice. Und da ist er raus. Irgendjemand ist hier während der Aufnahme. Ja, das ist doch hier nicht. Tja, jetzt kann ich nur meinem Posterkollegen helfen. Na, geh mal die Tür zu. So, mach es. Mach es. Mach es. Du bist eingesperrt im Raum mit ihm. Mach es. Als ob jetzt nicht. Es ist keiner in der Nähe. Mach es. Geh ihm. Als ob. Was ist das hier für eine Bande? Ich stehe noch ein bisschen helfen. So, konnte keiner sterben. Hatte den Hintergrund. Der Kill-Codown ist ja höher als... Und trotzdem soll ich noch zwei Tasks fertig machen. Danke. Hat er den Scan? Äh, weiß ich nicht. Muss ich gleich gucken. Hab ich nicht gecheckt. Wenn ich den Scan hab, tänzle ich gleich hin und her. Hm, ich... Äh, schmeiß jetzt Vaudi raus, fertig. Dann haben wir einen. Jo. Falls ich den... Wenn ich den... Wenn ich den... Äh... Wenn ich den... Äh... Dann tänzle ich gleich einmal links und rechts hin und her. Alright. Er hat übrigens die Chance mich zu töten, hat es aber nicht gemacht. Soll ich nochmal lobend erwähnen? Aber der Kill-Codown... Jo. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich möchte den auch noch mit rausgehegeln. Oh Mann. Dann komm, jetzt kill noch wen. Jetzt kill noch Leute. Meine Imposter-Kollege. Ich unterstütze dich hier, indem ich dir die Türen zu mache. Was machst du? Na komm. Jetzt ist ein Elektrik-Kill. Ist niemand drin? Na komm. Was machst du denn in Camps? Die Leute killen. Ich kann ja auch keinen Alarm machen. Dafür hast du eben zu schnell die Türen geschlossen. Was soll denn das? Nimm mal drin hier. Machen wir ein bisschen Lärm hier. Bisschen Alarm. Na komm. Jetzt will ich hier mal einen ordentlichen Kill sehen. Wo bist du denn der Imposter-Kollege? Da ist fast die Fasten-Pucke. Na. Na. Wozu denn das jetzt? Da kommt der. Na komm. Kill doch mal. Kill. Jetzt nicht bald gleichzeitig. Jetzt nicht während einer da ist. Nicht während einer zuschaut. Kommt. Jetzt machst du mal einen Kill hier. Jetzt habe ich mal ausnahmsweise zwei Kills gemacht. Und der macht meinen Imposter-Kollege noch keinen Kill. Okay. Das war nicht ich. Dann haben wir's bewusst. Also. Was läuft denn hier? Was fixt er hier? Machen wir mal hier ein paar Türen zu. Na. Fasten Punkt jetzt noch killen. Einer liegt's da drin. Ja. Nice. Ja. Nice. Gewonnen haben wir die Runde. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Als ob ich das noch. Als ob ich in der ersten. Als ob ich mal in der ersten. Ich wurde mal grad anmerken. Als ob ich in der ersten Runde. Äh. Vor den Augen von wem anders kille. Und damit noch durchkomme. Und dass dann und dann wir noch die Runde gewinnen. Das ist ja. Das ist zu gut. Das ist zu gut. Du hast ja jetzt so gemacht. Du so. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Das ist zu gut, dass ich das jetzt noch gewonnen habe. Das ist genial. Das ist auch nicht so schlimm. Wir waren nur noch zu dritt. Ja. Natürlich ist der der Imposter. Wenn wir uns zählen können. Ja. Und dass ich damit durchgekommen bin. Kannst du mir kurz einen Weitland geben? Ja. Ja. Wieso? Ich hab auch einen zehnten. Ich hab auch einen zehnten. Okay. Moment. 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 Äh. Ich muss kurz. Äh. Leute. Kann ich kurz. Ach. Brumm. Brumm. Ist das rückwärts. Lull. Ja. Was ist Brumm. Brumm. Wären wir jetzt zu Babys. Hier. Sind. Da. Und. Ich bin hier mit dem. Serpi. Beim Steam. Serpi ist der Steam Host. Und mit allen anderen. Mehreren anderen Leuten. Ja. Das übliche Prozedere. QMate. Task. Warum? Task. Simulator. Badum. 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 Das war noch daneben. So. Hier. Zack. Was ist. Ich hab' doch. Achso. Ne. Da ist noch was. Task. Erledigen. Download. Schwierig. Download. Schwierig. Schwierig. Ja. Blödschen Sätze. Richtig formulieren können. Mit. Zwergi. Meine Fresse. Und. Da werde ich gekillt. Als erster wahrscheinlich hier schon. Von Roads. V. Der V. Die schon wieder. Der V. Als Rache für die letzte Runde. Wo ich ihn beschuldigt habe. Understandable. Zwergi. Stort. Obgabe verfasst. Was ist das jetzt? Der Zwergi ist das. Ich hab's grad gesehen. Auf Roads. Zwergi. Zwergi. Zwergi ist es. So knappe 12 Sekunden. Weil der vor meinen Augen passiert ist. Ähm. Wo war's denn? Ich war. Wo war's denn? Na wo war denn die Leiche? Na wo war denn die Leiche? Einen Moment. Das sag ich gleich. Wo wart ihr? Ist die genau während Leibs gestorben ist. Also ich war wie gesagt gerade bei ähm. Bei dem. Vor 12 Sekunden oder beim Roads? Ich war bei dem ähm. Table mit dem äh. Mit dem. Wo man sieht wer tot ist und lebt. Ich hab da auch gerade gesehen dass du tot ist. Ich hab dich gesehen. Warte wer. Wer. Wer hat gesagt vor 12 Sekunden? Ich. 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 Yone. Ne ne. Ach Mensch. Ja also. Vor 12 Sekunden war ich glaube ich irgendwo draußen. Das wird phony. Also beim Boot war ich bei den Kameras. Andere Frage. Ähm. Und zwar war vor 12 Sekunden das Licht schon aus. Ja. 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 Okay dann war ich gerade äh. Genau bei diesem Moment wahrscheinlich von dem rechten äh. Leid. Ich war nicht beim Leid. Ich war nicht beim Leid. Also ich war vor. Ich war beim ersten und beim zweiten Leid dabei. Naja. Ich hab sehr viel gesehen. Hatte dann aber direkt meine O2 Aufgabe gestartet. Also das mit diesen ähm. Laschen ne. Einfüllen. Als das Licht ausging und hab die zu Ende gemacht. Und als ich dann hochzuleist wurde ging's schon an. Weil ich war davor äh vor den Vitals auch beim Up in Panel. Da wart ihr zu fünft in O2. Ja. Dann waren zwei. Und dann waren zwei. Ich hab nur drei gezählt. Nur mal so. Wo ist die Leiche jetzt? Ja noch 20 Sekunden. Dann waren zwei noch drin. Dann warte. Sag einfach jetzt wo die Leiche ist. Wo ist die Leiche? Willkommen. Dankeschön. Von mir. Ich hab schon ne Vermutschung. Allerdings halte ich die mal eben für mich. Da ist grad wer an mir vorbeigelaufen. Ich hab den Metskannen. Ich hab ne Vermutschung. Oh man. Einer für den Loan. Ich auch. Offenbar hat keiner den Metskannen. No one must eject. Skippt. 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 So. I'm bloat. Es wird mal wieder spannend. Upload Data. So. Ja hier. Labyrinth. Ach verdammt. Ach verdammt. So. Sehr gut. Ich mach meine Tasks fertig. So gehört es sich als Geist. Mein Geist ist erstmal die Tasks fertig machen. Dann kannst du dem Imposter folgen. Äh. Hier hab ich eine Task. Hier. Temperaturenstellung. Hier. Verdammt. Als ob der jetzt hilft. Ich hab grad nicht. Also. Soll ich ganz ehrlich sein. Soll ich ganz ehrlich sein. Ich hab Foley noch nicht mal gesehen. Okay. Doch der. Doch der. Doch der. Doch der. 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 kein verdächtigt das war mir schon klar dass du dachtest dass ich es bin nein beim ersten kill deswegen dachte ich aber nein bin ich nicht nein ist es dir im ernst shane beyer endlich mal die einen sekunden task kein dunst einer von den beiden von welchen beiden ich glaube ich nicht ich irgendeine scheiß aufgabe mal abschließen ich war jetzt zusammen mit jan und silva bin ich in laboratory gegangen ich habe mich von den abgezweigt und bin dann in specimen gegangen als ich mit specimen durch war bin ich das vorhin in office gewesen warte ganz kurz wo bist du gewesen ich habe dich nirgendwo gesehen sehr ich habe einmal deine füße gesehen und zweimal die von jan ruhe jetzt wo warst du ich weiß bei jan und silva wo wart ihr beide wir waren wir waren ich konnte silva bestätigt das ist das problem gerade weil paul ich pauli die ich helfen will ist das das problem weil ich habe ich habe ich habe dich gesucht ich habe ich habe ich habe die gefolge ich bin aber weg also ich bin bei dem weppels bereich warst du auf einmal weg so jetzt lasst mich eben sprechen lasst mich eben sprechen ich bin nämlich als lights wieder anwarten ist mir fauli gefolgt das gefällt mir nicht also habe ich versucht ihn abzuhängen habe ich auch geschafft der kindergarten er ist nämlich mir gefolgt und war links neben coms lang gelaufen wo ich ja auch lang gelaufen bin ich habe eine runde gedreht war dann wieder an der pylone habe die pylone gemacht bin dann gerade eben runter nach o2 und ja sehr okay habt ihr jetzt raus aber ich würde hätte fauli jetzt genommen aber abgesehen dass camps anwarten nach meiner tust waren camps aus leute haltet wir müssen uns mal ein bisschen disziplin lernber reden ganz ehrlich vernünftige debattenkultur wird immer bewertet ich müsste mein tasgsetz haben was ist mit dir ich kenne nur zwei anderen weg gemacht menschen ich hab gesagt das die ganze zeit gerufen geschrien und drüber geredet. Leute, ich bin jetzt aber weg. Leute, ich bin weg. Lass mich kurz ausreden. Es konnte hier niemand mit euch sprechen, weil die ganze Zeit inzwischen geredet wurde. Es ist eine saumäßige Redekultur hier. Es ist unter aller Sau. Es ist beschissen. Fast wie im Bundestag. Geht mir ab auf den Pisser. Es ist ja fast hier wie im Bundestag. Wir wollen hier nicht das Serbys von... Darf ich jetzt kurz? Das ist ja fast hier.